so das ding ist die wollen dass ich ein abhieler picke aber das tue ich nicht ich bin nämlich set main so wir gehen jetzt hier auf auf schlitzerei und wir können attack speed nehmen oder wir nehmen presents of mind leute takedowns los heute kommen wir machen presents of mindset wir haben zwar kein man aber wir kriegen zehn prozent unserer cdr nach dem kill wieder also wenn das nicht geil ist dann weiß ich auch nicht let's go leute so freunde der sonne ich bin und feier heute hätten wir nicht so wie mit dem letzten k6-game und unsere kümmern jetzt mit der menschlich gegner durch fliegt der mensch ist todes muss aber immer noch getroffen werden also ich glaube das reißen absolut eklig ist ich hasse reiß i don't like this aber wir machen das und ich feiere mich heute selbst boys boys blades nicht so gut die boys blades lassen wir mal die sind nicht ganz so nice leute jetzt machen wir die girls blades mal gucken ob die geiler sind girls blade auch scheiße was gibt es denn noch blade des salamanders oder kommt ein gang der ist geil so jetzt hat er nicht kein flash mehr und rip wunderschön willst du ellis stylish also ist ein cooler set spiel aber im gegensatz zu mir ist halt eine null ne also der geht halt komplett unterbar kann halt nicht jeder so klar krass sein ist okay so leute gleich wird die presents of mind action losgehen da freue ich mich schon richtig drauf ich bin almostsung level such leute okay so nicht back four na 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 ouch 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 die kürz aber auch eine reichweite also gemessen intimos wahrscheinlich drei oder vier oder zehn zur notfalls weck geht rom we region vara leute da sehe ich durch support welche konnte ich meinen freunde der sonne so sieht es aus leute let's go for this let's go for this let's go for this let's go for this muss jetzt 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 da muss ich die gehen ich bin tot nevermind habt ihr den reviews gesehen ultimate cool und refunded 12 sekunden leute ich werde gleich zwölf sekunden früher den gegner töten können und dann kriege ich wieder zwölf sekunden oh mein gott und dann kriege ich irgendwann noch auf stufe zwei mehr oder weniger ja so aber auf jeden fall oh mein gott ich bin der jungle snacker wo geht er zur not können wir auch jaksi muss gehen oh mein gott ich bin ein genie oh mein gott ich könnte mir den red buff snacksen lol wer ist er gehen sie bitte fort gute combo na gut wir kaufen uns mal und traktablet ne leute krasse spieler die gehen auf area im usa rico wer ist speaking so freund von 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 vor positives опять die umsteht so bei allerdings nicht also ist schon meine kappe ich hatte nichts nahrer war wenn wir jetzt gleich die mail warum pr從 a man wo mein gott da kommt ihm okay ist aber auch das los iluske Da brauche ich nicht mehr für Ulten Oh, töte den Nice Okay, ich gehe komplett Yolonese, Mayonnaise Frap, 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 frap Es könnte tatsächlich potenziell sein Ah, ich habe mein Ultimate, weil ich Presence of Mind habe Ich habe nur keine Energie, was wiederum dumm ist Ist aber egal, Presence of Mind ist OP Presence of Mind ist OP Presence of Mind ist OP Also eine Vermutung könnte sein Tatsächlich, wir gucken uns mal, was hier steht 37 Sekunden Eine Vermutung könnte tatsächlich sein, dass Wenn ich jemanden ultere, dann kann ich das hier nochmal reaktivieren Und dann steht da noch kein cooldown In Wirklichkeit läuft das, glaube ich, schon ab Aber es steht noch kein cooldown da Und eventuell wird es deswegen nicht refundet Das heißt, erst wenn ich wieder R gedrückt habe Und dann jemand stirbt, kriege ich den Coole dann wieder Er ist, glaube ich, RIP, Alter 48, Leute, wir können jetzt direkt wieder ulten Ja, grande So, wir haben Ultimate, Leute, let's go Ich bin probably bereit Der kommt jetzt hier gleich lang Mayonnaise, Mayonnaise, Mayonnaise Mayo Mayo Blades Oh, die Mayo Blades, die kannst du in der Tonne knicken Da kommt Nein Nein 3, 2, 1 Weo 3, 2, 1 Weo Da würde ich, ich bin, ich bin about to be in the air Ageblade, Adcore Das ist mein Geld Das fehlt mir noch This is the money Okay, das sieht Ich habe gleich wieder Ult Die Kanone möchte ich gerne nur haben 3 2 Ich brauche noch ein bisschen Energie Da gehe ich ein Ich wäre nicht ich, wenn ich das nicht machen würde Komm, werf was Okay Presents of Mind ist OP Ja, ich hatte ein bisschen weniger P, wenn wir ehrlich sind Geht mal rein jetzt hier, Leute Kommt Let's go, California Ich hole mir den Wieso ist das Schwein tot? Dann gehen wir auf den, Alter Na, ist das ein bisschen Okay Ja, okay Okay, das war Die haben aber auch geflasht auf Doom, Alter Warum haben die noch geflasht? Also ein paar eventuell überkrass heftige Moves kann man schon mit ihr machen Das war jetzt eventuell mein Tod, aber vielleicht auch nicht Wir müssen jetzt irgendwo was machen Das Problem ist, dass Qualle hier durch die Gegend noch joggt und jetzt hier was passiert Ähm Ich kann nicht bewegen, ich kann nicht bewegen Wo bin ich, Alter? Fuck, aber die stirbt Oh Mist, das war irgendwie Das war, das war, das war nicht so gut Allerdings, Qualle 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 Ja, oder so So ist auch ziemlich gut, tatsächlich So ist auch tatsächlich ziemlich gut Der ist weg Da, sie ist okay Ich muss Veni, Veni, Veni holen Die machen da gerade in der Mitte Stress In der Middle of the Life Aber sonst habe ich sie nicht wieder ausprobiert Ausprobiert Irgendheit ist drauf Oh, ich lebe Ich hätte, glaube ich, sie würde dann weggekommen Wurde aber von Minions gebläuft Guter Damage Guter Damage I like these nuts I like these nuts I like these nuts Later 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 Jetzt bin ich tot Aber wir haben gewonnen Tschüke Tschüke نہ Bisture In Bis zum nächsten Mal.